Drittes Kapitel, die Freude der Begegnung. Glaube ist immer Gott finden und von ihm gefunden werden. Zitat von Benedikt XVI. Der Glaube hat seinen Ursprung in der Initiative Gottes, die uns sein Innerstes enthüllt und uns zur Teilhabe an seinem göttlichen Leben einlädt. Ein weiteres Zitat von ihm. Wer hat mich angerührt, fragt Jesus. Den Jüngern erscheint die Frage unsinnig, denn von allen Seiten rühren die Menschen ihn an. Aber hier ist eine andere Berührung geschehen. Der Glaube der Frau hat das Herz Jesu berührt und von dort Heilung empfangen. Anders und doch wieder ganz ähnlich ist es bei den Jüngern. Indem sie das Leben Jesu teilen, fangen sie an, in eine innere Begegnung mit ihm zu kommen. Gott will uns begegnen. Er tut alles dafür und er lässt sich auch tatsächlich von uns finden. Im christlichen Leben sind vor allem die Sakramente solche Orte der Begegnung mit Gott. In diesem dritten Kapitel finden wir Menschen, die durch ein Erlebnis mit einem Priester, meist in der Beichte, wirklich Gott selber begegnen. Das geht nicht immer leicht und ohne Hindernisse. Es kann schon mal vorkommen, dass man am Weihnachtstag vor lauter Arbeit nicht zur Messe konnte und deshalb ganz verzweifelt ist oder von einem Priester aus Versehen fast überfahren wird oder vielleicht über 30 Jahre nicht mehr zur Beichte war oder sogar schon seine Stunde kommen sieht und sich anschickt, mit dem Tod zu ringen. Man glaubt, das Leben ist aus und vorbei und gerade da erscheint der gute Hirte. Er lässt sich finden. Doch anstatt, dass wir ihn berühren, wie die blutflüssige Frau mit ihrem Glauben, rührt er uns an und heilt uns und schenkt uns die Freude, die keiner uns nehmen kann. Eine Freude nicht für die Zeit, sondern für die Ewigkeit. Einundzwanzigstes Zeugnis Ein Weihnachtsgeschenk von Sebastian de Horta, Belgien Es war meine erste Weihnacht in einer Pfarrei. Wegen der liturgischen Feiern der vorangegangenen Stunden war ich etwas müde. Deshalb aß ich schnell und gönnte mir danach ein Nickerchen. Gegen Abend besuchte ich eine alte, kranke Dame und brachte ihre Kommunion. Auf dem Rückweg ging ich an der Kirche vorbei, die, wie immer, abends verschlossen war. Da hielt gerade in der Nähe ein Auto. Eine Frau stieg aus und näherte sich der Kirchentür. Sie war Krankenschwester und hatte die ganze Nacht mit der Pflege von Schwerkranken verbracht. Am Morgen hatte sie nicht die Kraft gehabt, zur Messe zu gehen und hoffte, dies am Abend nachholen zu können. Ich griff nach dem Schlüssel in meiner Tasche und bot ihr an, Jesus gemeinsam einen Besuch abzustatten. Schnell gingen wir in die Kirche und blieben dann vor der Krippe stehen. Die Frau kniete nieder und ich folgte ihrem Beispiel. Sie wandte sich ans Jesuskind und begann laut zu beten. Sie erzählte ihm von ihren Schwierigkeiten im Beruf und zugleich sprach sie ihm ihr Vertrauen aus. Jetzt war wirklich Weihnachten. Jesus war da in der Krippe. Gott war mitten unter uns, ließ sich von uns finden. Nach einer Weile hatte ich den Mut, ihr zu sagen, Wissen Sie, Weihnachten ist auch ein Tag der Barmherzigkeit. Daraufhin legte sie kniend vor dem Jesuskind ihre Beichte ab. Ergriffen von der Freude dieses heiligen Tages, sagte ich ihr Gottes Vergebung zu. Mit pochendem Herzen ging ich dann zum Tabernakel, um ihr die Kommunion zu spenden. Sie empfing sie mit großer Freude. Als wir die Kirche verließen, sagte sie zu mir, Das ist mein schönstes Weihnachten. Auch für mich, dachte ich bei mir selbst. 22. Zeugnis Ein Kuss für Christus Von Julio Argentino Ferreira, Argentinien 1998 verbrachte ich mit der Erlaubnis meines Bischofs einige Monate in einem Wallfahrtsort. Meine Aufgabe bestand darin, um drei Uhr nachmittags die Heilige Messe zu zelebrieren und dann Beichte zu hören. Wallfahrtsorte werden meist von wirklich demütigen und armen Pilgern besucht. Es näherte sich der Festtag der Jungfrau und Patronin des Wallfahrtsortes. Es wurde ein sehr heißer und schwüler Tag, an dem etwa 300.000 Pilger eintrafen. Ein junger Mann, der sehr verschwitzt war und große Flecken im Gesicht hatte, kam auf mich zu. Padre, können Sie mir bitte die Beichte abnehmen? Sie ekeln sich hoffentlich nicht von mir. Schon seit langer Zeit will niemand mehr mit mir sprechen und alle meiden mich. Wissen Sie, ich bin an Aids erkrankt und die Ärzte meinen, dass mir nur noch wenige Tage zu leben bleiben. Beschämt, musste ich zugeben, zuerst fühlte ich wirklich Ekel und Abneigung, aber der Herr und die Patronin des Wallfahrtsortes gaben mir Mut. So antwortete ich ihm, sicher, Bruder, komm näher. Er begann mit seiner Lebensgeschichte, von wo er herkam und noch vieles andere mehr. Schließlich kam er noch einmal auf sein eigentliches Anliegen zurück. Padre, ich habe nur noch wenig Zeit auf dieser Welt. Kann ich jetzt auch noch bitte beichten? Es war eine großartige Begegnung mit dem barmherzigen und liebenden Vater. Beide von uns erfüllte ein tiefes Gefühl des Glückes und der Dankbarkeit. Bevor er ging, fragte er mich noch nach meinem Namen und versicherte mir, Padre, jetzt fühle ich Frieden in mir. Ich werde Sie immer in meinem Herzen tragen, weil ich es Ihnen verdanke, dass ich Jesus heute begegnen konnte. Darf ich Ihnen einen Kuss geben? Ich zögerte einen Moment, doch dann sagte ich, sicher, mein Freund. Sie können sich nicht vorstellen, wie glücklich er war. Er war ein wirklich sanftmütiger und tiefgläubiger Mensch. Mit Sicherheit ist er jetzt im Himmel. Ich bin froh, dass ich ihn in den letzten Augenblicken seines Lebens begleiten durfte. Jedes Mal, wenn ich an ihn denke, erinnere ich mich an den gekreuzigten Jesus, der in seinem Leid und seiner Verlassenheit von uns nur geliebt werden möchte und uns im Gegenzug seinen Frieden schenkt. 23. Zeugnis Diesem Freund kann man immer vertrauen. Von José Francisco de la Solomán, Spanien Es war Weihnachten. Nachdem ich die Heilige Messe gefeiert hatte, ging ich zu den Kranken, um ihnen die Kommunion zu bringen. Ich war in Eile, da ich bei einer befreundeten Familie zum Abendessen eingeladen war. Der letzte der drei Kranken auf der Liste war nicht zu Hause. Ein wenig verspätet kam ich bei meinen Freunden an. Wir verbrachten einen angenehmen, von christlicher Einmütigkeit geprägten Abend. Im Laufe des Abends bat mich einer der Anwesenden, ihn auf einem Spaziergang zu begleiten, weil er mit mir alleine sprechen wollte. Er hatte keine gute Zeit erlebt und erzählte mir von seinen Ängsten und Sorgen. Plötzlich brach er zusammen, legte seinen Kopf auf meine Brust und begann zu weinen. In diesem Moment wurde mir bewusst, dass er seinen Kopf genau auf die Schatulle gelegt hatte, die ich nach den Krankenbesuchen noch immer bei mir trug und die die letzte übrig gebliebene Hostie enthielt. Ich hatte in der Eile vergessen, sie zurückzubringen. Es war also Christus, auf dessen Seite mein Freund den Kopf gelegt hatte. Er weinte vor dem eucharistischen Jesus. Das berührte mich sehr. Als ich dies meinem Freund sagte, war er völlig sprachlos. So ging für ihn der Weihnachtstag zu Ende, mit einem berührenden Gespräch mit Jesus. 24. Zeugnis Warum bist du Priester geworden? Von John J. Hughes, USA Warum bist du eigentlich Priester geworden? So lautete irgendwann einmal die Frage eines Freundes, der selbst nicht gläubig war. Ich bin Priester geworden, um die Heilige Messe feiern zu können, war meine knappe, aber zutiefst ehrliche Antwort. Vor 55 Jahren habe ich voll Freude meine Prämitz gefeiert. Seitdem feiere ich die Heilige Messe jedes Mal so, als wäre es die erste und hoffe dabei, dass meine Freude immer größer wird. Das heilige Messopfer feiern zu dürfen und die Kinder Gottes mit dem Brot des Lebens zu speisen, ist ein Privileg, das man durch keine menschlichen Verdienste erwerben kann. Um mich in rechter Weise vorzubereiten, meditiere ich eine halbe Stunde lang über die Bibelstelle vom brennenden Dornbusch und Gottes Wort an Mose »Leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden« – Exodus 3,5 Niemand von uns ist würdig, vor Gottes Angesicht zu treten, deshalb rufen wir zu Beginn der Heiligen Messe dreimal lieber im Herzlichkeit Gottes an. Während der Messe verfolge ich immer intensiv die Lesungen aus der Heiligen Schrift und wenn kein Diakon da ist, trage ich sie selbst vor. Dann versuche ich mit Überzeugung und Eifer die Liebe Gottes, die uns nie im Stich lässt, zu verkündigen. Im Laufe der Jahre hat meine Wertschätzung für das Wort Gottes immer mehr zugenommen. In der dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung befindet sich ein Satz, der sich gerade damit befasst und uns die Wichtigkeit vor Augen führt, die die Heilige Schrift für die Kirche besitzt. Dort steht »Die Kirche hat die Heiligen Schriften immer verehrt wie den Herrn Leib selbst.« Für mich ist das Hochgebet das Herzstück der Messe. Wenn ich die Einsetzungsworte Jesu über die eucharistischen Gestalten spreche »Das ist mein Leib« und »Das ist mein Blut«, bin ich oft sehr bewegt. Diese Worte haben sogar Martin Luther betroffen gemacht. Ich spreche sie langsam, mit Andacht und Ehrfurcht aus und verneige mich vor der Patene und dem Kelch, so wie es uns die jahrtausendealte Tradition gelehrt hat. Hilft das wirklich jemandem, wenn ich es so sage? Ich weiß nicht. Aber ich weiß, dass es mich persönlich tief bereichert. Ich erwarte diese tägliche Begegnung mit Gott immer voll Enthusiasmus. Für mich sind diese wertvollen Augenblicke mit ihm, wenn ich seine Worte wiederhole, der Höhepunkt des Tages. Ich wiederhole sie, während ich diese Zeilen schreibe, und ich kann es kaum erwarten, sie morgen während der Heiligen Messe erneut auszusprechen. Ich bin Priester geworden, nicht so sehr, um mit den Menschen zusammen zu sein, als vielmehr, um in besonderer Weise ganz nah bei Gott zu sein. Die Verbundenheit mit ihm habe ich vor allem am Altar erfahren. Den Menschen beizustehen kann befriedigen, aber auch Enttäuschungen mit sich bringen. Nicht alle wollen das, was der Priester ihnen geben kann. Gott hingegen mag uns immer. Die Anbetung, die ich ihm am Altar darbiete, ist unvollkommen, aber er lehnt sie nie ab. Und von meiner Seite aus lässt diese Anbetung nie nach. Am letzten Weihnachtsfest habe ich eine besondere Glückwunschkarte bekommen, die mich tief bewegt hat. Eine Frau hat sie mir geschickt, eine Mutter von drei Jungen. Ich hatte zunächst gedacht, sie sei nicht sehr gläubig. Aber da ich sie jeden Sonntag in der Messe sah und sie, bevor sie nach Hause ging, vor der Kirchentür immer ein Lächeln und liebenswürdige Worte für mich übrig hatte, habe ich meine Meinung geändert. Auf der Karte stand geschrieben, Feiere jede Messe so, als wäre es deine erste Messe, aber auch so, als wäre es deine letzte. 25. Zeugnis Arm im Geiste von Gerardo Dias Molina, Kolumbien Eines Tages, ich war schon fünf Jahre lang Priester, zelebrierte ich die Elf-Uhr-Messe im Wallfahrtsort Maria Hilf in der Stadt Sabaneta, die zur Erzdiözese Medellin gehörte. Während der Heiligen Messe bemerkte ich einen Mann in sehr ärmlicher Kleidung. Er war schmutzig, übel riechend und hatte einen gequälten Gesichtsausdruck. Nach dem Gottesdienst kam er auf mich zu und fragte mich, »Padre, können Sie mir die Beichte abnehmen?« Ich war sehr überrascht über seine unerwartete Bitte. Sofort erwiderte ich ihm, »Sicher, mein Freund, geh schon mal zum Beichtstuhl, ich komme gleich nach.« Im Beichtstuhl kniete er sich vor mir nieder und ich legte ihm zu Beginn eine Hand auf die Schulter. Es war ein unangenehmes Gefühl. Sein Hemd war rau, fettig, schmutzig, verschwitzt und klebte. Aufgrund meiner Geste schaute er mich ganz überrascht an. Da entfuhr es mir, »Was hast du?« »Padre, schon seit langer Zeit hat mich niemand mehr berührt.« Er beichtete. Dann legte ich meine Hände auf seinen Kopf und gab ihm die Lossprechung. Da weinte er und schaute mich erstaunt an, weil ich ihn beim Segen noch einmal berührt hatte. Darauf sagte ich zu ihm, »Gott segne dich, lieber Freund. Ich möchte dir gerne etwas schenken, habe aber nichts anderes als diese U-Bahn-Karte. Ich weiß nicht, ob du sie gebrauchen kannst.« Da antwortete er mir, »Padre, das macht nichts. Heute haben sie mich gesegnet und das war für mich das berührendste und wichtigste Ereignis meines Lebens.« Diese Begebenheit hat mir zu verstehen gegeben, dass man seine Mitmenschen wegen ihrer Art, sich zu kleiden, weder geringschätzen noch verurteilen darf. Es ist wichtig und etwas Wunderbares, alle Menschen willkommen zu heißen, vor allem wenn sie arm sind. Was wir dabei insbesondere begreifen sollten, ist, dass die wahre Armut nicht die materielle, sondern die geistige Armut ist. In diesem Sinne ist die Gnade Gottes das Größte, was einem gewährt werden kann. Als dieser arme Mann die Lossprechung und den Segen erhalten hatte, waren seine Kleider zwar immer noch schwarz vor Schmutz, aber die Herrlichkeit der Gnade Gottes hatte sein Gesicht und sein Herz aufgehellt und ließ es strahlen und leuchten. 26. Zeugnis Im richtigen Augenblick Ich bin Priester und Benediktinermönch. In unserem Kloster zählen wir fünf Ordenspriester, weswegen wir von den angrenzenden Pfarreien oft um Hilfe gebeten werden, vor allem im Bereich der Krankenpastoral. An einem Montagvormittag wurden wir von einigen Leuten angesprochen, die schon in drei verschiedenen Pfarreien waren, ohne dabei auch nur einen einzigen Priester gefunden zu haben. Da ich gerade verfügbar war, ging ich mit ihnen, um einem Sterbenden beizustehen. Als wir nach 20-minütiger Facht ankamen, befand er sich schon im Todeskampf. Kaum erblickte er mich, geschah jedoch etwas Unglaubliches. Von meiner Anwesenheit überrascht, erwachte er plötzlich aus seiner Agonie und wollte beichten. Er machte es sehr gut und war bei klarem Bewusstsein. Ich wusste, dass dieser Mann ledig war, ein gläubiger Christ und in hohem Alter. Seine Cousinen betreuten ihn seit einiger Zeit. Er war glücklich, als er die Krankensalbung und die heilige Kommunion empfing. Bei vollem Bewusstsein nahm er an der Zeremonie teil und zeigte große Ernsthaftigkeit. Die Verwandten erzählten mir danach etwas über seine Vergangenheit. Er habe seinen Glauben immer voll Hingabe gelebt. Jetzt war er sicher glücklich darüber, dass er beim Sterben den Beistand eines Priesters genießen durfte. Kaum hatte ich das Haus verlassen, starb der alte Mann. Ich war glücklich, diesen meinen Bruder begleitet zu haben und ich danke Gott aus tiefstem Herzen für die Gabe, die er mit dem Priesteramt verbunden hat. 27. Zeugnis Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir von Fernando Pérez Arispe, Mexiko Eines Tages befand ich mich im Beichtstuhl und hatte schon vielen Menschen die Lossprechung geben können. Da kam noch jemand zu mir, der besonders niedergedrückt aussah. Wir begannen mit der Beichte und ich empfand viel Mitleid. In diesem Moment flehte ich innerlich, Herr, bitte sag diesen Menschen doch irgendwas. Danach erinnere ich mich an nichts mehr, weder an das, was passierte, noch daran, wie viel Zeit vergangen war. Aber ich betete weiter, bis mir eine Träne das Gesicht benetzte. Es war, als sollte sie mich wachrütteln und mir bewusst machen, dass ich noch immer im Beichtstuhl saß. Einen Augenblick lang war ich bestürzt, weil ich glaubte, geschlafen zu haben. Da sagte mir mein Gegenüber, Padre, ich danke Ihnen vielmals. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr mir Ihre Worte geholfen haben. Da staunte ich umso mehr, denn ich konnte mich nicht daran erinnern, überhaupt irgendetwas gesagt zu haben. Ich verließ den Beichtstuhl und begab mich zum Altar, um Jesus zu danken, weil er selbst diesen Menschen getröstet hatte. Ich habe lange über dieses Ereignis nachgedacht und begann mit tiefster Überzeugung daran zu glauben, dass Jesus in der Person des Priesters zu den Beichtenden spricht. Er selbst ist es, der seine Brüder durch das Sakrament der Beichte mit Gott, dem Vater, versöhnt. Wie glücklich und stolz bin ich doch, Priester zu sein. 28. Zeugnis 30 Jahre ohne Beichte Es war ein sehr schwüler Nachmittag im Juli. Aus dem Kirchenportal strömte ein frischer und reiner Luftzug. Der Mesner hatte eine CD mit gregorianischer Musik eingelegt, die leise abgespielt wurde. Ich schaute auf meine Armbanduhr und unterhielt mich bis zum letzten Moment mit den Jugendlichen im Oratorium, bevor ich endlich zum Beichtstuhl ging. Lustlos betrat ich die Kirche, denn ich wäre viel lieber noch eine Weile im Gemeinschaftsraum des Jugendzentrums geblieben. Die Stimmung dort war erfrischend entspannt, aber es war Beichtzeit und ich musste die Aufgaben erfüllen, die mir der Pfarrer erteilt hatte, bevor er in den Urlaub gegangen war. Ich saß gerade in Gedanken versunken im Beichtstuhl und schaute mir die Besucher und Touristen an, die in die Kirche kamen. Ich beobachtete einen Mann, der gerade hereingekommen war. Er spazierte durch die Kirchenschiffe, blickte mal hierhin, mal dorthin, ohne sich für etwas Besonderes zu interessieren. Dann schaute er sich die Absis an und kam auf meine Seite, ganz in meine Nähe. Ich sah ihn an und unsere Blicke kreuzten sich. Ich setzte den Umständen entsprechend ein fast künstliches Lächeln auf und er setzte seinen Spaziergang durch die Kirche fort. Plötzlich blieb er stehen, setzte sich auf eine Bank, atmete tief durch und verweilte einen Moment still. Dann kniete er nieder. Er schaute mich an, legte seinen Kopf in die Hände und verhielt sich wieder still. Leise hörte man die gregorianischen Gesänge. Nach einigen Minuten stand er auf, kam zu mir und kniete im Beichtstuhl nieder. Er sagte, Gruß dir, reinste Jungfrau Maria. Ohne Sünde empfangen entgegnete ich. Etwas unsicher blickte der Mann mich an. Padre, ich habe schon seit dreißig Jahren nicht mehr gebeichtet. Einen Moment, sagten sie dreißig Jahre? Und warum haben sie sich dann gerade heute dazu entschlossen? Wissen Sie, ich, ich, wirklich, ich habe ihr Gesicht gesehen und es weckte Vertrauen in mir. Mein Gott, ich war doch so zerstreut, gelangweilt, frustriert und wartete nur darauf, dass diese Stunde vorüber geht. Ich hatte nicht gebetet, war nicht auf das Beichte hören vorbereitet und war mir nicht bewusst, dass Gott in dieser Kirche gegenwärtig ist. Ich wünschte mir nur, dass irgendeine alte Frau käme, um mir zu sagen, dass sie keine Sünden zu beichten habe. Ich war völlig fassungslos über diesen sichtlichen Beweis der Gnade und der Macht Gottes. Dann fragte ich ihn noch einmal. Und können Sie sich erklären, warum Sie in diese Kirche gekommen sind? Weshalb haben Sie sie betreten? Wissen Sie, in Wirklichkeit gehe ich mehrmals am Tag an dem Portal der Kirche vorbei. Manchmal wollte ich schon eintreten, aber dann war ich in Eile oder wollte lieber schnell nach Hause kommen. Aber heute, als ich wieder vorbeiging, habe ich Musik gehört und deshalb ging ich näher an das Kirchenportal heran. Ein frischer, kühler Luftstrom strömte heraus. Draußen hingegen war es unerträglich schwül. Da habe ich etwas in mir gespürt. Ich weiß nicht genau was, aber vielleicht war es Liebe. Ich kann es nicht erklären. Und dann, als ich eintrat, haben sie mir zugelächelt. Jetzt lachten wir gemeinsam. Dann begann er, die Leiden seines ganzen Lebens vor mir auszubreiten. Es war eine echte Bekehrung. Wir sprachen lange miteinander und dann weinte er. Und auch ich musste weinen. Wir waren beide von der Größe der Barmherzigkeit Gottes berührt. Wir weinten und lachten abwechselnd. Am Ende sagte ich, So spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich dachte bei mir, du bedienst dich so unnutzer Werkzeuge, wie ich eines bin. Ich habe nichts gemacht, damit dies alles geschehen konnte. Mehr noch, ich war mit dem Herzen gar nicht dabei. Man könnte sogar sagen, dass ich fast den Versuch anstellte, zu verhindern, dass diese Gnade wirksam würde. Du aber hast bewusst meine Routine und meine Nachlässigkeit unterbrochen. Du hast auf mich gesetzt. Am Sonntag derselben Woche saß ich, wie vor jeder heiligen Messe, wieder im Beichtstuhl. Diesmal hatte ich keine Zeit für Zerstreuungen, da zahlreiche Personen zur Beichte kamen. Auf einmal kam jener Mann wieder in die Kirche, kniete sich noch einmal in den Beichtstuhl und sagte, Gruß dir, reinste Jungfrau Maria. Ohne Sünde empfangen. Padre, ich habe seit zwei Tagen nicht mehr gebeichtet. Wir begrüßten uns wie zwei alte Freunde. Nach seiner Beichte sagte er mir, Padre, heute habe ich auch meine Familie mitgebracht. Sie wollen auch beichten. Behandeln Sie sie gut. 29. Zeugnis Eine unerwartete Begegnung von Amauri Sergio Marquez, Brasilien Eines Freitagabends gegen 20 Uhr hatten wir eine Veranstaltung im Fahrsaal. 15 Minuten vorher war ich noch zu Hause, um eine Arbeit zu erledigen, die ich am nächsten Tag in der Universität abgeben musste. Als ich in mein Auto stieg, war ich bereits zu spät dran. Ich fuhr an einem Platz in der Nähe vorbei und bog nach rechts ab. In diesem Augenblick hörte ich ein lautes Geräusch. Ich hatte ein Fahrrad gerammt. Dem Radfahrer war Gott sei Dank nichts passiert. Als ich die Autotür öffnete, sah ich einen Jungen, der wütend schrie und mich mit allen möglichen Schimpfwörtern überhäufte. Ich stieg aus dem Auto aus, blieb still und wartete, bis er seinen ganzen Zorn abgelassen hatte. Als er fertig war, sagte ich zu ihm, bitte, verzeih mir. Da änderte der Junge plötzlich vollkommen sein Verhalten und wimmerte, was für ein Schrecken, ich bin fast gestorben vor Angst, wir zittern jetzt noch die Knie. Darauf antwortete ich ihm, mir auch, geht es dir jetzt besser? Er verneinte. Da half ich ihm, das Fahrrad auf den Gehsteig zu stellen. Ich packte auch mein Auto an der Seite, um einen Verkehrsstau zu vermeiden. Dann setzten wir unser Gespräch fort. Ich bot dem Jungen an, ihn nach Hause zu fahren, aber er wollte lieber zu seiner Tante. Wir luden das Fahrrad in den Kofferraum und fuhren los. Auf der Fahrrad fragte ich ihn nach seinem Namen und er erzählte mir, dass er Schlosser sei und dies schon sein dritter Unfall in einem Monat war. Auch ich nannte ihm meinen Namen und fügte hinzu, dass ich Priester sei. Seine Tante empfing mich höflich. Ich vergewisserte mich noch, dass es ihm gut ginge und die beiden fragten, ob ich hereinkommen wolle. Ich musste ablehnen, doch bevor ich ging, fragte ich sie noch, ob sie einer Kirche angehörten. Ja, antworteten sie, den Adventisten des siebten Tages. Der Junge sagte zu seiner Tante, zum Glück ist der Unfall mit einem Priester passiert, sonst stimmte ich jetzt noch dort, um darüber zu streiten, wer verantwortlich war und ich müsste die Polizei rufen, um zu klären, wer den Schaden bezahlt. Seine Bemerkung brachte uns alle zum Lachen. Wir verabschiedeten uns und am nächsten Tag brachte ich das Fahrrad zur Reparatur. Am frühen Montagmorgen klopfte es an der Tür. Es war der Junge, der sich mit einem Rucksack auf dem Rücken auf den Weg zur Arbeit befand. Er wollte sein Fahrrad abholen, das er nun brauchte. Als er bemerkte, dass es wieder wie neu aussah, konnte er es kaum glauben und bedankte sich überschwänglich bei mir. Kann ich Sie um etwas bitten? Sicher. Ich habe mit meiner Mutter gesprochen und sie hat mir gesagt, dass ich Sie darum bitten solle. Sag es mir. Haben Sie einen Katechismus, den Sie mir schenken könnten? Einen Katechismus? Ja, ich möchte, ich möchte... Er war ein wenig verlegen und so half ich ihm weiter. Möchtest du zuerst Kommunion gehen? Ja, das möchte ich gerne. Als mir bewusst wurde, was da geschehen war, war ich wirklich glücklich. Das war einer der schönsten und intensivsten Momente meines Priesterlebens. Gott wirkt wie, wann und wo er will.